Willkommen zu einem Vorstellungsvideo. Wir haben einen. Hallo. Ja, das ist Tom. Das ist Dave. Hallo. Ich kenne man ja eigentlich schon. Ja, bei MW3 nicht. Ich habe mal sein Video angeguckt. Er wollte eigentlich aufhören, aber ich habe zu uns gezogen. Macht jetzt bei uns weiter. So sieht es aus. Hast du noch was zu sagen? Was willst du denn erwarten? Wie, was will ich erwarten? Was willst du denn machen? Ja, ich will Spiele spielen und dabei kommentieren tun. Ja. Ja, und sowas. Also Let's Plays und vielleicht noch das ein oder andere Format, was ich schon auf meinem jetzigen bzw. alten Kanal mache. Keine Ahnung, irgendwelche Podcasts oder sowas oder Specials und so und Zeugs. Ja, das macht er bei uns. Lädt das hoch. Fertig. Täh. Ne, Spaß. Aber was heißt der? Ne, Spaß. Ne, weil er halt verzweifelt war und sein Video hier gemacht hat. Er hat schon mal gedacht, öh, wir sind ja bloß zu zweit. Eigentlich wollten wir zu dritt machen, aber der andere kriegt seine Grafikkarte nicht hin oder in Gang. Da holte ich einfach mal Dave hin. Der wird auch nicht die Killer heißen. Einfach bloß Dave Pede Webber. Mehr nicht. Ja. Oder The Dave. Einfach wahrscheinlich nur The Dave oder sowas. Ja. Und einfach nur Dave, weil ich bin ja der einzige aktive Dave auf dem Kanal dann so. Ah, sonst eigentlich nichts. Tom, sein Headset ist noch kaputt. Der ist in seinen Laptop. Ich hoffe, das hört man nicht. Boah. Das klang jetzt leicht, leicht so, so asiatisch. So sollst du irgendwas? Ne, das war's eigentlich bloß. Ich muss mal sagen, dass ein neuer Kollege hier ist.